Ach, startet jetzt die Erprobung. Dazwischen setze ich einen Schnitt. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ich konnte nicht stoppen, ich konnte nicht zwischenspeichern, deswegen gab es am Ende des letzten Parts keine Verabschiedung. Es tut mir leid. Auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Wir sind wieder unterwegs und zwar bei der Erprobung. Werden wir endlich eine wahre Nora werden oder Nora, wie auch immer. Das erfahren wir heute. Können wir Bast einfach runterwerfen? Also meine persönliche Meinung. Ich will jetzt niemanden angreifen. Falls einer von euch Bast heißt, bitte lass deinen Namen ändern. Nein, alles gut. Aber es geht um den Bast. Krieger! Macht euch bereit! Was muss ich tun, damit du verschwindest? Grafen, Grafen! Perfekt! Unsympathisch! Ich mag Bast nicht. Die Trophäe ist hin, ausgestoßene. Du brauchst wohl eine neue. Ich find den so unsympathisch. Ich find den... Oh Gott. Und nochmal. Komm. Komm schon. Wieso greifen die an? Fertig. Schnell, schnell, schnell. Wir müssen bei der Erprobung gewinnen. Ich muss sie einholen. Oh Gott. Schnell, schnell, schnell klettern. Oh, da sind diese riesen Tentakel. Ich bin da. Was geht's? Guten Tag. Ich find's toll, wenn man hier speichern könnte. Warst wird gewinnen oder Vala. Du wirst zur Kriegerin, wenn du zum Ziel gelangst. Oh, warte. Das ist ein alter Pfad. Dort sind zwei gestorben. Er fällt auseinander. Besser letzter sein, als zu sterben. Ich probier's trotzdem. Let's go. Wir werden so sterben. Ja, so ziemlich. Was? Oh. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich drücken sie zum Hochziehen. Sorry. Zurück, wenn du da lang gehst. Jetzt geht's nur noch vorwärts. Da. Ich muss aufholen. Wuhu. Ich sehe nichts. Was? Und Vala ist direkt dahinter. Jetzt mach schon. Zack. Schneller. Hoch. Nicht nachlassen. Ich muss weitermachen. Die Ausgestoßene. Auf dem alten Pfad. Und Sprung. Gut. Ich hole auf. Wie ist die da raufgekommen? Das ist eine gute Frage. Eh. Oh Gott. Huuu. Ja, man kann nicht einfach sich festbinden und runterhüpfen. Nein, man muss das unbedingt während dem Sprung schon machen. Noch stylischer gibt's wohl nicht, oder? Lauf, 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 lauf. Oh, hier geht's wieder steil hoch. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Zack. Zack, 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 zack. Ich hab mein Leben lang noch hier trainiert. Zack, zack, zack. Und hoch. Wow. Wenn ihr nichts mehr von Horizon Zero Dawn verpassen wollt, könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr direkt benachrichtigt, wenn ein neues Video kommt. Ob Horizon Zero Dawn ist, kann ich nicht immer versprechen. Aber es wird auf jeden Fall ein Video sein. Genau. Los, los, los. Ja, ja, ja. Yes, yes, yes. Yes, winner. Bam. Hu, ha, hu. Das war kein Sieg. Sie hat geschummelt. Ich bin einfach besser als du. Eine Ausgestoßene gewinnt die Erprobung? Niemals. Denn sie ist jetzt eine Krieger. Bam. Da sind wir Leute. Wie ihr eilt, wenn ihr eure Trophäen auf den Altar legt. Doch es ist Aloy, einst ausgestoßen, jetzt Kriegerin, die gesiegt hat. Ähm. Das war jetzt eigentlich nicht der Plan. Ähm, hallo? Hallo? Ähm, 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 also, ähm, hallo? Ähm, also, ähm, also, ähm, ich, ähm. Lauf! Halten Sie fest, bis die anderen da sind. Nee, das finde ich jetzt nicht gut. Ist das, ist das der Dude vom Anfang? Der, ähm, der, der uns sowieso schon nicht mochte? Tote können nicht schießen. Lenk sie ab. Ich finde einen Weg. Bast, Bast, machst du mit? Bin dabei! Ja, mal los. Ich mag den nicht. Können wir den einfach da liegen lassen? Bitte. Okay, ähm. So, schieß halt auf mich. Kein Problem. Nur ein bisschen Heilung. Wir haben keine Chance. Was ist das? Warum hab ich das ausgewählt? Bäm. Wir schaffen das nicht. Er hat mich gesehen. Oh, Mutter, hilf uns. Okay, wir haben nicht. Ich weiß auch nicht. Es ist ein bisschen brutal. Liebe Kinder, das ist Tomatensauce. Wie kommt denn noch? Lauf doch! Schneller los! Ich höre ich... Keine Zeugen. Keine Überlebenden. Das sind doch Safety. Die. Bleib zusammen. Oh nein! Da sind noch mehr! Da kommen noch mehr! Wie viele sind das? Schön. Schön, dass ich keine Munition mehr hab. Zack! Da oben auf dem Berg. Da sind noch mehr! Oh, wie viele sind denn da? Ciao! Wir sehen uns. Das ist voll brutal, das Spiel. Das ist ja schlimm. Ja, so ist es besser. Der ist down? Der ist down. Irgendwo ist noch einer. Loadmap. Nein, ist keiner mehr. Okay, perfekt. Vorerst safe, I think. Die heutige Folge könnte kürzer werden. Ich muss in 10 Minuten schon wieder gehen. Es tut mir leid. Ja, kein Problem. Ja, hab ich auch zu Hause. Fünf Stück davon. An die Wand gehängt, weil sie da zu nirgendwo keinen Platz haben. Ja, selber schuld. Bei Basten ist mir das schon gar nicht. Jetzt alle vorwärts! Was ist das hier? Drücke. Habt ihr mal was gesehen? Ja, klar. Kein Problem. Hallo, das ist brutal. Das ist immer mehr da. Okay, ich lege das mal ab und renne da mal hin. Wüstenglas. Olin? Nee, der sieht nicht aus wie Olin. Aber der hat auch einen Fokus. Hinter dir, hinter dir! Oh mein Gott! Nein! Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Ich hab den noch nie gesehen. Hallo? Hallo? Rost! Rost for the power. Ich sag's euch, Leute. Ich mach das weg. Das ist so unangenehm. Rost for the power. Da ist er! Er kämpfte uns! Schafft er's? Können wir ihm helfen? Hallo? Komm schon! Wieso helfen wir dir nicht? Sitzen wir jetzt eigentlich nur da auf dem Boden rum? Machen nichts? Hallo? 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 No, what? Nicht dein Ernst! Rost? Er ist einfach... Was? Da ist er Sprengstoff? Sag mal, gibt's hier auch mal eine Minute, wo man um die Gestorbenen trauen kann. Rost? Er lebt noch. Er hat sich bewegt. Oh mein Gott. Rost? Er schmeißt uns von der Klippe. Er hat überle... No, Rost! Ich hab jetzt nicht grad ernsthaft... Oh mein Gott. Die haben gerade... Einfach Rost getötet. Wo sind wir jetzt? Yo! Rost ist tot! Wir sind sonst wo? Was ist da los? Da ist unser Fokus. Dass sie dort ist, ist Blasphemie. Sie muss zu ihrer Mutter. Wir haben eine Mom und die kennen die Mom? Rost lebt? Oh nein! Aloy. Es tut Melody's. Ja! Du kannst nicht auf die Gesichter sein. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Wir haben extrem seltsame Träume. Wo sind wir? Ja, Rost ist ein bisschen... Wie erklärt man das am besten? Nicht da! No way! Ihr könnt doch nicht einfach Rost töten! Nein! Nein! Nein, 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 nein. Der Fokus ist weg. Der Fokus ist weg. Warum ist es auf einmal so leise? Ich brauche den Fokus. Nein! Rost hat mich gerettet. Rost hat mich gerettet. Er muss mich gefunden haben, bevor der Blutverlust zu groß war. Aber warum ist niemand hier? Das war... Was? Was? Okay. Eine schweige Minute für Rost, Leute, nach dem Video. Wenn euch das... Ne, es kann euch nicht gefallen haben. Lasst ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video, in der Hoffnung, wir können Rost vielleicht noch retten. Er hat überlebt oder sonst irgendwas. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.